Hier, das ist Ahrensburg, ein See in Ahrensburg, Djangwat, Ostholstein, Viti Songpanzibet. Wir wollen uns trotzdem noch mal die Stadt angucken. Stadt kann man eigentlich nicht sagen. Naja, Kleinstadt. So, wo geht's denn rein? Das hier, Ahrensburg, im Jahr 2011. Nein. Jetzt gehen wir bei uns in die Stadt. Und jetzt gehen wir bei uns in dir. Den Ahrensbrück. Läuft keiner rum. Bombi-Con-Wing. Naja. Wenig. Wenig heißt ja auch etwas, ne? So. Jetzt geht es hier links rum. Nein, falsch. Die Entschei. Don't buy any one. Rent. Doch, die war geradeaus. Hier in Ahrensbrück. Also. Batschubanivor in Konto. In Ahrensbrück. Ne? Ja, ja. Tuk-Tuk-Müha-Mi-Beb-Nan. Mihaan-Beb-Nan. Hä? Da kann man nichts mehr zu sagen. Hier noch ein Peter im Biss mit Currywurst. Nimihaan-Ahan. Kai. Ahan. Jörlaman. In Kon-Jörlaman. Kai. Ahan. Currywurst. Kon-Jörlaman. Zuan-Lai. Makin. Ahan. Jörlaman. Ich hab ja noch nie Döner gegessen. Die hat da, glaube ich, mal reingewechst in dieser Ziggy-Soße. Das ist ja schon da. Links von links. Junge Dame auf Opad. Ihr Autohaus Ahrensbrück. Raus. Links rum. Ja, outside. Und hier rum. Ja, rechte Hand, das waren Sozialwohnungen. Alles Hartz 4. Kang Möckwa. Mi ban Hüern kon John Newa sein. Auch hier wieder. Hä? Hüernbebnan zang Zisipkwabi kon. Das ist Arz Möck. Anni ben Ahrensbrück. Entdeck neu ben Pomsikam. Hier. Auch noch versteckt. Was ist das? Mösei Ban Hüern Tikhoi Maklai. Zog die Bina Döckanmai. Das war Anni ben Ahrensbrück 2011.